Ja, hallo bien Freunde. Es ist Schwarmzeit und gestern hatte ich das Glück den ersten Schwarm zu fangen. Es, wie es aussieht, keiner von mir. Ich war gerade auf meiner Baustelle da oben an der Mauer, als plötzlich eine schwarze Wolke so auf mich zugeflogen kam und habe dann so geguckt, wo die hinfliegt und sie hat sich dann bei mir im Garten niedergelassen an einem alten Stamm und ich hatte das Glück auch die Königin gleich zu finden und mein erster Stich von einer Bienenkönigin. Daher vermute ich, dass die Königin noch nicht begattet ist, dass es ein Nachschwarm ist oder sowas, bestimmt von einem Wanderimker. Es sieht auch sehr nach Backfast aus und den Schwarm habe ich jetzt hier drin. Der stand seit gestern, also so 28 Stunden, war da jetzt in Dunkelhaft. Das mache ich immer so, das habe ich so gelernt und dabei bleibe ich auch. Ich schlage die gleich in der Beute ein. So, der Schwarm, ich hatte den gebogen, ist nicht allzu groß. 1,5 Kilo. Also die ganze Kiste 6,5 Kilo und die Kiste alleine wiegt ja 5 Kilo. So, also, was mache ich? Ich möchte den heute hier einschlagen. Ich habe hier noch eine leere Beute stehen und da schauen wir jetzt mal rein. Ich mache das immer folgendermaßen dann. Die ist komplett leer jetzt. Also, ein 1,65 Kilo Schwarm, ein 1,65 Kilo Schwarm, da kriegt von mir erstmal vier Mittelwände. 1,5 Deutsch Normalmaß, das entspricht ja ungefähr dann 6,1,0 Deutsch Normalmaßwaben. So, und das schauen wir jetzt mal. Machen wir den rein. Wie ich sehe, habe ich wieder keine Folie mit. So, da haben wir die Folie. Ein Trendsheet. Oder ein normales Sheet, das ist ja kein Trendsheet. So, und jetzt hoffe ich, dass die Bienen hier alle schön in der Traube sitzen. Ich habe noch einen Wassersprüher, dass wir die eventuell ein bisschen nass machen können. Ich schlage die Bienen gerne ein, so habe ich das gelernt. Und dabei bleibe ich auch. Man kann sie auch einlaufen lassen. Manche sagen, das ist die natürliche Art und Weise. Das mag alles richtig sein. So, ich versuche jetzt. So, meine passt genau hier rein. Wir machen es ein bisschen nass. So, dann habe ich hier noch ein paar in der Kiste drin. Wie ihr seht, die schlagen wir jetzt auch mal rein. So, das war es im Prinzip schon. Fegen wir den Rest hier noch raus, was da noch drin sitzt. Und schieben das Sheet hier ran. So, gucken wir noch mal, wie viele Bienen da auf dem Deckel sitzen. Die fegen wir natürlich noch mit rein, dass wir keine vergessen. Ja, das war eigentlich jetzt schon die ganze Aktion. Sie kriegen noch eine kleine Dusche. Und dann hoffen wir mal, dass sie sich jetzt nach vorne auf die Mittelwände ziehen. So, dann können wir das Volk zumachen. Folie drauf. Es ist etwas windig. Da gibt es mal Probleme mit der Folie, aber es klappt ja ganz gut. So, das war die ganze Aktion jetzt. Und dann schauen wir mal, wie sich der Schwarm hier entwickelt. Und ob das eine begattete Königin war oder noch unbegattet. So, damit ist der Schwarm jetzt in der Kiste mein Tonaufnahmegerät. Ich weiß nicht, ob der Ton jetzt von der Kamera gut ist. Ich mache jetzt mit dem Handy und mit dem DJI. Ob der Ton so gut ist, ist es etwas windig. Und das werde ich morgen sehen, wenn ich das Video weiter bearbeite. So, Schwarmkiste ist leer. Alle Bienen raus. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein Schwarm, den ich gestern Mittag so um 13 Uhr gefangen hatte. Der hatte jetzt dann so 28 Stunden Kellerhaft. Und da klappt das eigentlich ganz gut. Ich lasse sie sich jetzt erstmal hier drin sortieren. Dann mache ich das Flugloch auf. Und wir haben dann ein neues Volk. Ja, wir haben jetzt um diese Zeit noch 24 Grad. Und die Bienen, die sind noch unterwegs. Also die fliegen noch hier eifrig rum. Und ich hatte heute auf meiner Waage sage und schreibe fast 5 Kilo Zunahmen. Die kommen alle Flugrichtung Südwest-West. Da ist ein Rapsfeld und das scheint jetzt wirklich zu honnigen. Also meckt abzugeben. Und das ist noch nicht mal, das ist dieses, hier ist ja mein Waagstockvolk drin. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt erfasst. Ich gehe mal rum. Ich zeige euch das mal dann. Stehe ich zwar genau in der Einflugschneise hier. So, im Prinzip das dritte von rechts. Da habe ich die Waage drunter. Und da hatten wir heute über 4 Kilo Zunahmen. Das ist nicht mal mein stärkstes Volk. Das ist eine Königin, die ich von Marco gekriegt habe. Eine Authentic. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt ist nicht mehr allzu viel Betrieb. Meine Mini Plus fliegen auch alle. Da sind jetzt alles im Prinzip fast überall. Überall ziehen die sich eine neue Königin nach. Ich hatte ja die Mini Plus, die da links steht, die zweizarig ist, hatte ich auch auf 1.5 umgesiedelt. Das hatte ich ja schon mal im Video gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und das ist jetzt ganz rechts in dem Volk drinnen. Im Prinzip die Mini Plus wieder ein Flugling da. Und die basteln jetzt. Die anderen habe ich schon wieder aufgestockt jetzt. Muss ich die andere, die ganz rechts, die muss ich auch noch aufstocken. Die kriegen noch eine Zarge mit Leerwaben. Also mit Mittelwänden. Weil jetzt, wenn die wirklich eintragen, dann geht das ruckzuck, sind die Kisten voll. So. Gut. Die Mini Plus, die ich letztens gemacht habe, das schauen wir auch noch mal hin. Es sieht eigentlich gut aus, hier die 3. Mit den DJI müssen wir noch ein bisschen üben. So, das sind jetzt auch noch 3 Mini Plus. Auch alles mit, wie gesagt, der in der Mitte. Die Weisel hatte ich ja genutzt für den Drohnenbrüter. Die wurde auch angenommen. Also da waren letztens auch schon verdeckelte Brut drauf. Er ist ein bisschen schwach noch auf der Brust, aber der wird sich schon noch machen. So, ganz links, die Weisel, die hatte ich ja verkauft. Die haben sich auch eine nachgezogen. Also im Prinzip sind, habe ich jetzt hier 7 Jungweisel von 2021, F2 Weiseln. Das waren ja alles F1 in der Mini Plus. Und mal sehen, was ich damit dann mache. In den anderen Völkern habe ich dann immer zum Teil F0 Weiseln drin. Zum Nachziehen eine aus Hohneuendorf, was praktisch die Zuchtmutter werden soll. Und in den anderen habe ich noch 2 von der Belegstelle, 2 Weiseln. Da schaue ich auch mal, was ich damit mache. Ob ich davon nochmal nachziehe. Das dritte Volk, jeder zweite von rechts. Da ist praktisch die Weisel aus Hohneuendorf drin. Dann habe ich ein Volk, das dritte von rechts, das ist die Authentic. Und das vierte eines Kleinar, auch für Marco. So und dann die nächsten beiden Völkern, das sind ja meine Drohnenvölker. Die haben jetzt Drohnenrahmen drin. Die sollen hier Drohnen produzieren für die Zucht nachher. Mit der Zucht fange ich ja später an. Ich warte erstmal, bis die Wanderimker nach dem Raps wieder abgewandert sind. Reicht mir vollkommen aus. Ich ziehe dieses Jahr nicht so viel nach. Vorerst hier hatte ich ja über 30 Weiseln. Alle weg. Und dies hier werde ich nicht so viel nachziehen. Dreie sind noch in Bestellung. Die sind schon weg. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Da ich nicht so viel nachziehe. Ich arbeite ja normal immer eigentlich mit dem Nikot-System. Da habe ich dies hier auch zwei Varianten. Vielleicht werde ich mal ausprobieren. Eine Mini Plus. Ich habe ja schon wieder eine Weisel bestellt. Aus Hohen Neuendorf. Die wird so Mitte Juni kommen, die meist immer dann. Und da schaue ich dann mal, ob ich davon vielleicht gleich eine nachziehe. Die werde ich in einer Mini Plus dies hier unterbringen. Und vielleicht ziehe ich dann im Nikot mal eine nach. Aber das überlege ich mir noch. Sonst werde ich dies hier wahrscheinlich wieder umlaufen. Ich brauche nicht viel Weiseln. 12, 14 Stück. Das reicht mir. Und ich möchte ja Bienen haben, die sanftmütig sind. Der Honigertrag ist bei mir untergeordnet. Spielt bei mir keine große Rolle. Ob die nun 15 Kilo oder 50 Kilo bringen, das ist mir eigentlich schmerzpiep egal. Ich bin nicht auf den Honigertrag angewiesen. Darum kam mir das eigentlich auch ganz recht, dass die jetzt erst so spät anfangen einzutragen. Werden wir eben Anfang Juni schleudern. Im vorigen Jahr hatte ich ja schon das erste Mal geschleudert um diese Jahreszeit. Da fing der Raps ja auch schon Anfang April an zu blühen oder Ende März sogar schon. Und da waren die mächtig in Gange. Ja, sonst bleibt eigentlich nichts weiter über. Schwarmkontrolle hatte ich gemacht. Also ich hatte keine Schwarmstimmung bei meinen Völkern festgestellt. Auch auf dem Außenstand nicht. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Der Schwarm ist jetzt in der Kiste drin. Und da schauen wir mal, was draus wird. Was das für einer ist. Wegen Faulboot, weil man immer sagen, Fremdschwarm weiß man nie, was das ist. Ich sage, wenn Wanderimker hier reinwandern, dann müssen die Völker ja solchen frei sein, sonst dürften sie ja gar nicht rein. Okay, so. Mehr will ich euch nicht sagen. Macht's gut. Bis demnächst. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.